Moin Leute, herzlich willkommen hier auf der kleinen Seelheim. Oh, genau. Tobias, bevor ich es vergesse. Ich habe gerade, also ich denke gerade dran. Hier, ich habe hier die BGA hingesetzt. Ich habe die hingesetzt. Nur, dass sie das... Sorry, ich hole jetzt gleich das Mikro. Ich habe dort den Spielstand gestartet, ohne den BGA-Mod drin zu haben. Weil ich da hier mit Global Company und immer so da so meine Problemchen hatte. Deswegen habe ich hier die BGA hingesetzt. Das Gelände gehört uns auch. Ich mache das einfach für den Spielfluss, habe ich die BGA mit drin. Damit man auch mal Grass-Silage und Stroh und alles verkaufen kann. Aber ich habe die BGA hier hingesetzt. Da, die. Nur, ich wollte das Stroh diesmal behalten für die Tiere. Wenn wir mal Viecher kriegen, dass wir da schon was fertig haben. Und so brauchte ich keinen Ballenwagen kaufen. Nur, jetzt siehst du das, Tobias? Hier, ich habe die BGA. Die 450 kW ist das, ne? Die habe ich hier sitzen. Wir können hier irgendwann nochmal Silos hinsetzen. Aber ich denke, wir werden hier mit Ballen arbeiten. Das ist, glaube ich, auf der kleinen Seelheim ist das einfacher, ne? Wer fährt denn heute? Äh, ein Kerl fährt. Kannst du Puma fahren? Schön bei der Hände an Lenkrad, ne? Was ist das für ein Sensor? Okay. Ich mache das ja ordentlich. Nicht das mit der Klagen kommen. So, Opfer. Wir wollen das Geschütz mal zum Hof bringen, ne? Hatte ich keine Pieke. Ach, die Pieke ist ja... Oh. Heute ist nicht mein Tag, ey. Ich nehme ja Dienstag auf. Da ich mich auf der Arbeit so geärgert habe, ist das echt nicht mehr mein Tag. Da kommen dann meine Defizite raus, ne? Meine Mumie ist platt heute. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das sind so Tage, da merkt man, dass man nicht umsonst schon Frührentner ist. Echt. Man muss ja froh sein, wenn du überhaupt noch was hinkriegst. So, lange rede kurz. Da sind genug rumgemosert. BGA habe ich gezeigt, ne? Richtig. Wir bringen jetzt mal das Geschütz jetzt in den Hof. Aber wo fahren wir da am besten rein? Ist ja alles schon ein bisschen bornig eng hier, ne? Dann. Ne, da können wir auch so schlecht reinfahren, ne? Außer steht da der Keeper eigentlich. Hier können wir doch vielleicht... Ohne die Mauer mitzunehmen, ne? Bin ja schon stolz auf mich. Und ausnahmsweise mal nicht die Mauer mitgenommen. So kannst du hier rollen, ne? Ich habe keinen Spiegel, ne? Schick die Feinde. Ah, Peter, ohne Spiegel. Ach, der hängt ja wieder nicht ab, ne? So, abfort. Oh, abfort. Müssen wir da... ...irgendwas machen? Ich weiß das gar nicht. Pflügen. Überall. Oh, Kalk. Kalk. Wollen wir mal sagen, hängen wir den Düngerstreu ja hinter, wa? Jetzt ist ja nichts. Wo ist denn... Wo habe ich denn den Düngerstreu? Ach, da hinten. Wie könnte es auch anders sein? Keiner gesehen, ne? Keiner gesehen. Nicht schon auf volle Pulle. Und dann noch so. So, langsam, langsam. Abfort. Nicht steht auf ein Kubik, ne? Ja, abfort. Das wird jetzt wieder mit Kalko an hier. Leute, Leute, Leute. So, bezüppelig. So, jetzt los. Jetzt schoffen wir gar nichts, diese Folge, ne? Ich hätte gedacht, wir können schon drillen. Dann fehlt uns noch ein Trecker, ne? Oh, ich habe Koffi. Koffi. Ich muss gleich noch einen Mod abgucken. Leute, habt ihr schon die Map-Vorstellung Kleines Land gesehen? Ich sage euch, die Map werden wir spielen. Das ist zwar wirklich eine Mini-Map, aber die werden wir spielen. Das kleine Land werden wir spielen. Da freue ich mich schon drauf. Da ist so viel Liebe zum Detail. Die muss ich spielen. Die kommt ja im Mod ab, ne? Ganz ehrlich. Da muss ich spielen. Ne? Ich glaube, ich verschenke gerade voll viel, ne? Ne, geht. Warum ist der Dicke? Da muss ich nachher noch im Mod-Tab gucken, ne? Kleines Land. Guckt mal auf den Kanal von Henry bei den Simu-Freunden. Schaut euch das Video an. Und dann sagt mal... Ich glaube, die müssen wir spielen, ey. Ganz ehrlich. Wenn ihr Zeit habt, guckt bei dem Henry auf dem Kanal vorbei. Simu-Freunde, Henry. Guckt euch das Video von einem kleinen Land an. Von kleines Land an. Und dann werdet ihr sehen, wovon ich rede. Die müssen wir spielen. Da geht keinem Weg dran vorbei. Auch wenn es mit Pupi mit ist. Dann spielen wir da halt mit einem Schlepper. Nehmen wir den Masai oder was. Den es da gibt. Und dann spielen wir die. Ganz ehrlich. Die muss ich spielen. Da geht keinem Weg dran vorbei. Da freue ich mich schon drauf. Es ist... Jedes... Es ist ein Phänomen, ne? Liebe Leute. Jedes Mal, wenn die LS-Teile zum Ende gehen, da kommen da solche genialen... Ich sag, die ist genial. Vom Ambiente her. Und vom Detailgrad. Genialen Maps raus, ne? Immer zum Schluss. Die sind so Mäuse-Mäuse, ne? Oh, ich muss den 22er auch bald mal vorbeziehen. Ich muss den 22er auch mal vorbeziehen. Oh, Gewicht. Jetzt extra zum Dünken-Kalkstreuen. Schon wieder ein Gewicht, ne? Bin hier auch kein Freund von. Lange Rede, kurzer Sinn. Guck doch mal rein. Und dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Aber das kleine Land müssen wir spielen, oder? Mr. O sagt zwar, die ist viel zu klein. Aber, das ist mir egal. Die macht was her. Die müssen wir spielen. Hier fängt ein Naturstreuer voll tief. Da war ich so oben. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier was drin, was Kohlen bringt, wa? Aber ich glaube, wir machen erst mal eine Runde Weizen, oder so. So, wenn wir nur Stroh haben, können wir auch BGA befüllen. Hier machen wir, glaube ich, Weizen, ne? Ja, läuft. Könnt schon wieder Kalkaufen fahren. Da gehen die Kohlen hin. Müssen wir auch mit dem 1246 jetzt anfangen zu drillen. Puma, der muss ja noch ein bisschen da... Auf der Haferfläche muss der auch noch eben durchziehen. Du hast die Arbeit erfolgreich beendet. Was soll ich jetzt glauben? So, neben Opfer zum Händler, ne? Äh, ja. Genau da lang. Upsi. Opfer zum Händler. Richtig, ich freue mich aufs kleine Land, ne? Hoffentlich kommt die bald raus. Guck mal hier mal hin, Mottab. Ey, moinko, lecker. Na? Hast du noch ein bisschen Kalk in Angebot? Müssen wir auch nur Sargut kaufen, ne? Müssen wir hier gleich zum Puma hüpfen. Ne, hier müssen wir hin. Prolette. Die brauchen wir. Danke. Dann brauchen wir... ...die. Danke. Und... Da kaufen wir mal lieber gleich zwei von. Glaub nicht, dass wir noch mit einer hinkommen. Ja, jetzt ist der Händler wieder glücklich, weil wir die Kohlen da gelassen haben. Siehste, ich wusste, du bist nicht fertig. Diese neumodischen Helfer. Da kam mir schon von Anfang an so spornig vor. So wie der geguckt hat. Aber so können wir auch mal Puma fahren, ne? Auch mal ganz schick hier vorne. Bisschen Puma fahren. Oder was sagt ihr dazu? Ich fangeh ne Puma. Schöner Sound. Kurz mit vorn. Das ist wichtig. In der 1246, da müsste eigentlich ein anderer Sound rein, ne? Schicker Schlepper. Ja, RMT müsste da rein. Anderer Sound. Oh, ich hatte da mal RMT reingebaut. Oh, das ist so scheppig dann zu vorn. Deswegen habe ich das wieder rausgekommen. So ein Opfer hat. Genau, hier lang zur Hauferecke, ne? Die shitty Golf, wo wir lang vorn. Ankommen tun wir so oder so. Können wir nicht hier lang? Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Da ist nie unser. Nee, wir müssen hier wollen. Ja, aber ein Händler für die Miss Villa. Richtig, richtig, richtig. Warte, ich bin ortskundig. Wollen wir mal einen Blinker benutzen? Wird sogar, ne? Lieber ein Händler für die da, oder? Da? Lieber den eben über den Hof gedrackelt. So, ich glaube, aber hier müssen wir da unten Vorgewände machen, ne? Hier kann er selber drehen. Oh, klappt hier doch mal auseinander. Ich glaube, wir müssen mit Raulepflüssigkeiten auffüllen. Der braucht zu länger. So, abfahrt. Bin doch blöd. Ohne Worte. So, Leute. Ich sage aber erst mal danke fürs Zugucken bis hier. Na, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und wir wollten nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.